Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über aktuelle Meldungen zum Vorgehen der europäischen und amerikanischen Zentralbank. Inzwischen spekulieren immer mehr Experten, dass die EZB einen höheren Zinsschritt am 8. September ins Auge fasst. Und auch der Fed-Chef Jerome Powell betonte bei dem Treffen der Zentralbanker in Wyoming, dass man weiterhin hartnäckig gegen die Inflation vorgehen möchte. Die große Frage ist vor allem auch, wo stehen die Bauzinsen, wenn der Leitzins tatsächlich die 4 oder 5 Prozent Marke erreicht, wie einige Experten bereits jetzt fordern. Wenn ihr wissen wollt, welchen Weg die Notenbanken planen und warum es gerade für den Euro sehr düster aussieht, dann bleibt unbedingt dran. Am 8. September will der EZB-Rat über eine weitere mögliche Zinsanhebung abstimmen. Mit einer Inflation, die zuletzt im Euroraum fast 9 Prozent und in einigen Euro-Ländern sogar 20 Prozent betrug, steigt der Druck auf die Währungshüter massiv. Es wird erwartet, dass jetzt endlich weitere Maßnahmen ergriffen werden. Im Juli hatte die Europäische Zentralbank noch damit überrascht, dass sie die Leitzinsen um 0,5 statt 0,25 Prozent angehoben hatte, auch wenn das natürlich kaum ausreichen wird, um sich gegen eine zum Teil zweistellige Inflationsrate zu stemmen. In diesem Zusammenhang hatte sich auch kürzlich erst EZB-Direktoriums-Mitglied Isabel Schnapel geäußert und gab zu bedenken, dass sich die Inflationsaussichten seit der letzten Sitzung des EZB-Rates nicht verbessert hätten. Und mit Blick auf die nächste Zinssitzung, mehren sich aktuell die Stimmen, dass ein weiterer großer Zinsschritt dringend notwendig sei. Laut aktuellen Meldungen plädieren einige Direktoriums-Mitglieder wie auch EZB-Direktor Fabio Panetta, für eine Zinsanhebung im September um 0,75 Prozentpunkte. Dass diese Zinserhöhung am Ende aber die Inflation nicht eindämmen wird, ist vielen bereits heute schon klar. Und so warnen bereits auch erste Ökonomen davor, dass der Inflationsdruck weiter hoch bleiben wird, selbst wenn Europas Wirtschaft in eine Rezession abrutschen sollte. Dafür werden mit großer Wahrscheinlichkeit schon die weiter steigenden Energiepreise sorgen. Auch andere Experten sprechen mehr und mehr von einem höheren Zinsschritt. Beispielsweise schrieb der Aktionär.de folgendes dazu. Zitat Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, ist mit der Ansicht vorgeprescht, dass 4 Prozent Leitzins angemessen wären, um die Inflation zu bekämpfen. Nach seiner Einschätzung müsste die Notenbank die Zinsen eigentlich schon im September um 0,75 Prozentpunkte anheben, auch wenn er nicht glaubt, dass es so kommt. Auch Frederik Dukruzit, Ökonom der Schweizer Bank Piktet, meint angesichts der Inflationsaussichten wäre eine stärkere Zinsanhebung wahrscheinlich gerechtfertigt. Zitat Ende Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. EZB-Chefin Christine Lagarde hatte zumindest in ihrem jüngsten Interview gesagt, man könne sich nicht mehr ausschließlich auf die Prognosen der EZB-Modelle verlassen. Doch was sie damit in Bezug auf die kommende Zinssitzung tatsächlich andeuten möchte, darüber kann man nur spekulieren. Auch mit dem aktuellen Vorgehen der amerikanischen Zentralbank geriet die EZB weiter unter Druck. Während die Fed ihre Leitzinsen schon zwischen 2,25 und 2,5 Prozent hält und der Leitzins bei uns gerade mal bei 0,5 Prozent liegt, geraten mit der Zinskluft auch die europäischen Volkswirtschaften unter Druck. Denn mit höheren Zinsen in den USA fließt immer mehr Kapital in besser verzinste amerikanische Anlagen. Damit wird der Euro weiter und weiter geschwächt, ein Blick auf den Zwölf-Monats-Chart des Euro-Dollar zeigt das eindrucksvoll. Umso bedenklicher ist, dass die EZB-Präsidentin Christine Lagarde es scheinbar nicht für nötig hielt am derzeitigen Zentralbanktreffen in Jackson Hole, dem sogenannten Economic Symposium, teilzunehmen. Während also Isabelle Schnapel die EZB-Chefin beim Treffen der wichtigsten Notenbankchefs der Welt vertritt, konnten Leser des französischen Magazins Madame Figaro dafür in einem Interview erfahren, was die EZB-Chefin über den Klimawandel, Frauen in Führungspositionen und über Literatur zu sagen hatte. Dabei erwartete die Finanzwelt selten das jährliche Treffen der Notenbanker mit solch einer Spannung wie in diesem Jahr. So kündigte beispielsweise Fed-Chef Jerome Powell bei seiner Rede an, die Inflation weiterhin mit allen Mitteln bekämpfen zu wollen, bis diese wieder die angestrebte Rate von zwei Prozent erreicht. Im Detail sagte Powell in seiner Rede zur Inflationsbekämpfung folgendes. Zitat. Die Wiederherstellung der Preisstabilität wird einige Zeit in Anspruch nehmen und erfordert den energischen Einsatz unserer Instrumente um Nachfrage und Angebot in ein besseres Gleichgewicht zu bringen. Die Verringerung der Inflation erfordert wahrscheinlich eine anhaltende Phase des Wachstums unter dem Trend. Darüber hinaus wird es sehr wahrscheinlich zu einer gewissen Aufweichung der Arbeitsmarktbedingungen kommen. Während höhere Zinssätze, langsameres Wachstum und schwächere Arbeitsmarktbedingungen die Inflation senken, werden sie Haushalten und Unternehmen auch einige Schmerzen bereiten. Dies sind die unglücklichen Kosten der Reduzierung der Inflation. Aber ein Scheitern der Wiederherstellung der Preisstabilität würde weitaus größere Schmerzen bedeuten. Wir verschieben unseren geldpolitischen Kurs gezielt auf ein Niveau, das ausreichend restriktiv ist, um die Inflation wieder auf zwei Prozent zu senken. Zitat Ende. Wir verlinken euch die Rede des FED-Chefs in der Videobeschreibung. Damit ist die Richtung der FED klar. Insgesamt hat die FED die Zinssätze in wenigen Monaten viermal angehoben, nachdem sie noch im März nahe Null gelegen hatten. Wie stark die USA die Zinsen im nächsten Monat tatsächlich noch anheben wird, muss sich allerdings erst noch zeigen. Infolge der Rede von FED-Chef Jerome Powell vermuten Experten Ende September eine Erhöhung der Zinsen um 0,75 Prozent, sodass die Zinsen in den USA auf 3,25 Prozent ansteigen würden. Auch der FED-Chef selbst hatte sich bereits dazu geäußert, dass Leitzinsen von 3 bis 3,5 Prozent bis Jahresende ein anzustrebendes moderat restriktives Niveau sei. Inzwischen sind einige Analysten sogar der Meinung, dass der Zins der FED Ende des Jahres schon bei über 4 Prozent liegen könnte und damit den höchsten Wert seit langem erreichen würde. Die gestrige Rede über das konsequente Vorgehen der FED zeigte auch Schnellwirkung, denn der Dow Jones fiel im Anschluss um 1000 Punkte. Damit scheint die Federal Reserve tatsächlich ihren Zinserhöhungskurs eisern fortsetzen zu wollen und mögliche Zinslockerungen vorerst nicht ins Auge zu fassen. Dabei hatten zahlreiche Experten in den vergangenen Monaten spekuliert, dass die amerikanische Zentralbank am Ende einen Rückzieher ihrer Zinserhöhungen machen würde. Nun haben aber mehrere US-Währungshüter nochmals betont, es sei voreilig von den Märkten Zinssenkungen im kommenden Jahr zu erwarten. Mit anderen Worten, es bleibt also spannend. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten fassten es wie folgt zusammen. Zitat Ein unmittelbares Ende der geldpolitischen Straffung sei nicht in Sicht, lautet das Fazit von LBBW-Ökonom Elmar Völker. Eine weitere Abschwächung der US-Konjunktur nimmt die FED dabei bewusst in Kauf, als kleineres Übel in Relation zur alternative dauerhaft hohe Inflation. Wo die Schmerzgrenze mit Blick auf eine mögliche Rezession liege, sei eine der entscheidenden Fragen der kommenden Monate. Zitat Ende Und was denkt ihr? Wird die EZB weiter bei der Euro-Abwertung zusehen, oder sehen wir tatsächlich bald größere Zinsschritte und kippende Schuldner? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, so dass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6